Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 14.05.2019 Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir eine neue Lackierung. Okay, gut. Fangen wir auf der linken Seite an, haben wir als allererstes hier den Kenji, kriegt von mir 7 von 10. Hier haben wir momentan ein Voting von 3,54 von 5 bei 28 Votes. Am 16. März 2020 ist das erste Mal drin gewesen, der 4x1-3-Spiel-Meindes. Wir schauen mal hier unten auf das aktuelle Shop-Voting. 904 Love It, 1183, it's meh. Und 2433 Hate It, alles klar. Also nicht sehr beliebt aktuell der Shop. So, dann geht's weiter hier mit dem Schnellschlag. Quick Strike von mir, 7 von 10. Wie hört sich der Teil an? Und da haben wir momentan ein Voting von 3,82 von 5 bei 11 Votes. Am 16. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen, der 4x12-Reminders. Dann geht's weiter, dann haben wir hier den Kunja. Kunja sieht auch schon relativ cool aus. Kunja kriegt von mir 8 von 10. 1500 V-Bucks. Kunja hat folgende Noten. Kunja hat 4,44 von 5 bei 39 Votes. Am 16. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 4x105-Reminders. Für 1500 V-Bucks. Kunja oder Kunja. Dann sind wir hier auch schon durch bei diesem Set. Dann geht's weiter mit dem Falken. Ich finde diesen Gleiter mega geil. Sieht mega cool aus. Das Teil auch von hinten. Der Falke kriegt von mir 10 von 10. Aktuelle Noten hier derzeit. 3,55 von 5 bei 11 Votes. Am 12. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem. Ja, das erste Mal. 26. Wie mein das? Für 1500 V-Bucks. Der Falke. Ich finde den richtig cool. So, dann haben wir hier das Schlappohr-Set. Oder das Tierjacken-Set. Jo, Flapjackie nennt sich das Teil. Finde ich nicht wirklich toll. Flapjackie kriegt von mir 4 von 10. Von 3,41 von 5 bei 66 Votes. Am 9. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem. Sechs Mal. 105,5 Treeminders. Flapjackie. Akaschlappohr. Dann haben wir den Knurrer oder den Brawler. Und der kriegt von mir 5 von 10. Brawler heißt der Brawler. Aktuell 3,21 von 5 bei 38 Votes. Sechs Mal im Shop gewesen. 45 Treeminders. Das ist das Flauschsegel. Kann man hier mit zwei japanischen Zeichen hier. Der chinesische Zeichen. Weiß ich nicht, was das ist. Finde ich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Das Teil. 4 von 10. Das ist der Puffy Parasol. Hat 3,5 von 5 bei 22 Votes. Am 9. November 2020 ist das erste Mal drin gewesen. Sechs Mal drin gewesen. Drei. Ne. Sechs Mal drin gewesen. Drei Reminders. Sorry. Die Presslufthacke. Oh. Ich bin nicht so richtig viel. Im Teil. Kriegt von mir. Fünf von 10. Jack Spammer hat 2,89 von 5 bei 18 Votes. Am 9. November 2018 ist das erste Mal drin. Sechs Mal seitdem. Zwei Reminders. Machen wir hier unten in der rechten Ecke weiter. Da haben wir diesen Verband. Klicken wir mal ganz kurz hier durch. Zack. Hm. Okay. Ja. Alles klar. Jo. Kriegt von mir 6 von 10. Verband. Hat hier 4 von 5 bei 4 Votes. Am 12. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem zweimal. Zehn Reminders. Der Heumichel. Ja. Mit seinem Händchen da oben drauf. Fünf von 10. Hayseed. 3,29 von 5 bei 17 Votes. Am 6. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal 13 V-Minders. Snorkel Ops oder Schnorchel Ops für 1200 V-Bucks. Fünf von 10. Ich weiß. Jetzt kriege ich richtig den Frack voll. So. Hier haben wir 4,33 von 5 bei 57 Votes. Am 19. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das ist seitdem 23 Mal und jetzt wo unser Shreeminders. Megageil. Der Fackelwirbel. Fackelwirbel haben wir auch ein separates Video. Der macht glaube ich eins meiner ersten in dieser Art. Kriegt von mir 10 von 10. Der Fire Spinner. 10 von 10. Megageiler Teil. 4,45 von 5 bei 11 Votes. Am 30. März 2019 ist das Mal drin gewesen. Zweimal seitdem. 15 Reminders. Für 800 V-Bucks. Der Fackelwirbel. Da haben wir den Knieklatscher. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob wir dazu auch schon ein Video gemacht hatten. Auf jeden Fall ein mega cooles Teil. Auch 10 von 10. 4,68 von 5 bei 19 Votes. Am 7. Januar 2019 ist das Mal drin gewesen. Seitdem 3 Mal 64 V-Bucks. Und dann haben wir jetzt hier diese neue Lackierung. Schauen wir uns das Teil mal an. Kaugummi heißt das. Die Farbe schon wieder für 300 V-Bucks. Farbe schon wieder für 300 V-Bucks. Ja gut, so mit Schwarz-Rosa. Schrecklich. Kaugummi 4 von 10. Also ganz schrecklich. Bubblegum hat glaube ich hier auch noch überhaupt keine Noten. Nein, noch kein Rating bekommen. Wundert mich auch nicht für 300 V-Bucks. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und ciao. Letztes nächste Mal da, wenn es wieder heißt. Ordnight Daily Shop News. Mit mir nehmen wir gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Bis dann.